Der RUMPF ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14'000 Mitarbeitern am 73 Standort. Während der Ausbildung hat man die Möglichkeit, am Lehrlingshaushaustausch teilzunehmen und an einem anderen deutschsprachenden Standort mitzuschaffen. Ciao zusammen, mein Name ist Rico Riedi und ich bin mich auf mein Abschlussjahr und die IPA als Automatiker vorbereitet. Mein Name ist Nico Löscher und ich bin Automatik-Monteur im ersten Lehrjahr. Jetzt zeigen wir euch unseren abwechslungsreichen Berufsalltag. Kommen wir mit! Meine Lehre habe ich im Lerncenter Mechanik gestartet. Dort habe ich gelernt, Teile zu drehen und zu bohren. Nebenbei ist mir die Handarbeit mit metallischer Werkstücke beigebracht worden. Das Interessante in unserer Firma ist, dass wir den Aufbau unserer Maschine von Grundlauf bis zum fertigen Produkt kennenlernen. Für das wechseln wir in unserer Lehrjahr alle drei Monate Abteilung. Im Lerncenter Montage lernen wir den Umgang mit unseren Lasermaschinen. Ein Bestandteil von unserer Lehrjahr ist zu löten. Das lernen wir unter anderem im Lerncenter Elektrik. Wie auch unsere Haupttätigkeit zu verraten. Das wird uns mit dem Bau dieser Schallschränke für unsere Laser und Steuerungen für die Prüfung beigebracht. Diese Prüfung absolvieren wir Ende zweites Lehrjahr. Wir kontrollieren unsere Steuerungen selber und können so unsere Fehler beheben und daraus lernen. Ausserdem lernen wir auch zu programmieren. All diese Fertigkeiten werden uns in Betrieb, in der Schule und während überbetrieblichen Kursen beigebracht. Neben der täglichen Arbeit sind wir auch in verschiedenen Projektarbeiten involviert. Wie zum Beispiel ein Simulatoraufbau für eine Presse für unsere Power Tools. In unserer Produktion lernen wir, wenn man eine fertig gebaute Maschine in Betrieb nimmt. Zu so einer Inbetriebnahme gehört das Anschlüsse an das Netz, die Inbetriebnahme von Software, das Testen von allen Funktionen und die Messung der Toleranz. Im vierten Lehrjahr haben wir die Möglichkeit, eine Woche einen Servicetechniker bei unseren Kunden zu begleiten und so in den Service hineinzuschnuppen. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Berufsalltag als Automatiker gehabt. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich jetzt bei Trumpf Schweiz AG.